Hallo liebe Leute, hier ist Chef von Pascal Tirol und heute habe ich eine kleine Challenge für euch. Was brauchen wir? Eine Stange oder Wesen und die Hände müssen wir zu halten und auch versuchen nicht aufzulassen. Wir starten. Füße drüber, nach oben. Jetzt kommt das schwierige Teil. Jawohl. Und fertig. Wer kann das? Viel Glück zu Hause. Tschüss.